Hallo meine Lieben, ich dachte ich drehe heute ein Video zu den Geschenken, die wir zur Geburt von Nilo bekommen haben. Es ist reichlich und lange Rede, kurzer Sinn, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar fange ich hier links gleich mal an mit den Decken, die wir bekommen haben. Hier ist halt eine von Winnie Poo und Tigger, die haben wir von Christophs Arbeitskollegen quasi bekommen. Die haben gesammelt, fand ich ganz niedlich, die ist noch eingepackt, darauf freu ich mich schon, die quasi zu benutzen. Dann haben wir hier so eine blaue mit Sternchen, blau-beige, auf der anderen Seite ist sie genau andersrum mit mehreren Sternchen. Da ist auch nur ein Sternchen drauf. Dann haben wir so einen Sack bekommen. Es sind teilweise auch gebrauchte Sachen dabei, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Das ist halt für den Winter. Das ist so eine Decke, die man so als Wagensack umfunktionieren kann. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine Krabbeldecke. Und die schönste Decke kommt jetzt. Die hat nämlich eine Freundin von meiner Mutter selber gemacht. Auf der einen Seite ist sie so bunt mit Schildkröten drauf. Total klasse. Das ist so Patchwork. Habe ich mir quasi gewünscht. Und auf der anderen Seite sieht die so aus. So mit kleinen Ändchen in grün-gelb gehalten. Und ja, ganz schick. Finde ich total süß. Hat sie ganz viel Mühe mitgemacht. Das waren jetzt glaube ich so die Decken. Dann kann ich euch eigentlich auch das Schönste. Ja, auch mit der Schönste. Das sind so viele schöne Sachen. Einmal, sag mal, das Persönlichste, was wir bekommen haben. Das ist so ein Kissen. Auch selbst genäht von Christophs Arbeitskollegin quasi. Hat sie selbst genäht. Finde ich total süß. Mit so Schäfchen drauf. Und sowas finde ich echt total schön. Wenn es irgendwie so persönlich ist, mit so einem Namen drauf. Weil sowas, ja, schließt man sofort ins Herz. Also das ist echt total süß. Das war auch immer so jetzt eine Zeit lang, die ganze Zeit vorm Wickeltisch, dass ich das immer sehen konnte. Jetzt ist es auf dem Schaukelstuhl. Und ja, ganz, ganz schön. Einen haben wir uns super gefreut. Dann, was ich auch richtig geil finde, haben wir so eine kleine Wickeltasche quasi bekommen. Auch selbst genäht. Dann ist hier ein kleines Fach. Oh, hier ist sogar was drin. Uh, hab ich noch gar nicht gesehen. Von Laveda. So eine Wundschutzcreme. Die ist da drin. Die habe ich schon gesucht. Dann kann man hier so ein paar Pampers reintun. Hier ist noch, das ist auch richtig geil, so eine Wickelunterlage. Und einmal sind hier noch Feuchttücher drin. Und die ist ganz praktisch. Die nehme ich dann immer mit zur Schwiegermutter. Die wohnt nebenan und dann brauchen wir halt nicht die fette Wickeltasche mitnehmen. Ähm, ja. Dann, Christoph ist gerade bei den Kleinen. Oh, womit fangen wir dann jetzt an? Ah, nein, mit denen hier. Dann haben wir von, ähm, Christophs Bruder und deren Freundin, haben wir dann halt so ein Set gekriegt. Kennt bestimmt jeder. Quasi so einen Gipsabdruck, wo man so ein Foto reinmachen kann. Den Gipsabdruck von seinem Fuß haben wir schon reingeklebt. Aber, ähm, noch ein schönes Foto kommt da noch rein. Und dann, ja, ist das bestimmt ganz nett. Finde ich total schön. Wir wollten das von seiner Hand auch machen, aber die Hände sind ja noch geschlossen. Das hat nicht funktioniert. Ähm, dann kommen wir jetzt zu den Kuscheltieren, die wir so bekommen haben. Ähm, einmal sowas haben wir von meinen Eltern gekriegt. Unter anderem. Dann haben wir das von Nachbarn von meinen Eltern bekommen. Davon habe ich nämlich schon die Wagenkette und die Schnullerkette. Habe ich jetzt auch so ein Schnuffeltuch noch. Ähm, ne, das zeige ich zusammen. Das muss ich auch zusammen zeigen. Wo ist denn das? Dann haben wir, ähm, von Erstlings Family so einen Koffer gekriegt. Also von einer Freundin von meiner Mutter. Da war einmal dieser, dieses Kuscheltier, so ein Schnuffeltuch dabei. Dann, der ist noch nass, der hing auf der Leine. Einmal diesen Body. Da ist ein Tonierpferd drauf. Dazu passend die Mütze. Und einmal so eine blau-weiß gestreifte Hose. Das war so ein Set. So, ich packe den mal hier drüber. Dann haben wir einmal diese Handpuppe gekriegt. Auch von Christos Bruder, deren Freundin. Also auch von Christos Bruder. Die habe ich aber schon. Siehst du, das ist sogar meine. Weil, ähm, die andere hat nämlich keinen Schniebel mehr. Jedenfalls haben wir die doppelt, aber die ist total toll. Also Kinder fahren total auf diese Eule von Ikea ab. Und die ist auch total flauschig. Und darüber habe ich mich gefreut, auch wenn ich sie doppelt habe. Dann haben wir einmal von, ähm, die Spiegelburg. Ne, Spiegelburg. Oh Gott. Einmal so eine Rasse quasi gekriegt. Die kann man dann irgendwie an Maxikosi oder ans Gitterbettchen hängen. Habe ich noch nie ausgepackt. Dann haben wir auch von, ähm, Spiegelburg auch so eine Rasse. Ach, süß. Habe ich noch gar nicht gesehen. Da kann man den Hasen hier raus machen. Das ist ja süß. Ach, da ist die Rasse drin. Ach, was haben wir noch nicht alles beim Videodreh erfährt hier. Total süß. Haben wir von den Arbeitskollegen auch nochmal gekriegt. Ähm, dann... Komme ich auch zu den Klamotten quasi. Dann habe ich von meiner Nachbarin ehemaligen Chefin diese Rasselsöckchen gekriegt. Das ist ganz witzig. Die hatte ich mir nämlich, äh, mir, also Nilo fast selber gekauft. Aber jetzt habe ich sie geschenkt bekommen. So, dann habe ich von Nachbars Tochter quasi auch so ein Set. Ach, da ist ein Set. Einmal, das ist auch ganz witzig, die hätte ich mir auch selber fast gekauft. Einmal von H&M diese Mütze. Da steht drauf, Born 2014. Dazu das passende Couchette hier habe ich bekommen. Oder ich. Nilo quasi zur Geburt oder wir zur Geburt. Und einmal diese Strampler. Finde ich nämlich eine ganz tolle Idee. Das kann man dann... Das verschenkt man halt nicht weiter, ne? Kann man auch nicht weiter verschenken, wenn das Kind irgendwie 2015 geboren worden ist. Finde ich total toll. Das wird nämlich, ähm, aufgehoben. Und ist eine schöne Erinnerung. Sodele. Dann... Och, wir haben so viele Bodies gekriegt. Und der eine ist auch noch nass. Einmal von Mickey Mouse. So ein Langarmbody. Den hänge ich gleich mal hier drüber. Ah, das ist der zweite. Dann hier einmal von meinen Eltern. So ein Türkisen nen. Den zweiten hat Nilo gerade an. Dann... Von Mamas Freundin haben wir den gekriegt. Everything's cool steht da drauf. So einen dunklen Body habe ich irgendwie für Kinder noch nie gesehen. Och Gott. Dann... Haben wir von der Nachbarin diesen dünnen Pullover oder Sweatshirt gekriegt. Da steht drauf Feel the Beat. Richtig geil. In Größe 74 schon. Auch finde ich gut, ne? Dann... Weil Größe 50 sind wir schon am aussuchieren. Ja. A new star is born. Haben wir jetzt auch von der Nachbarin gekriegt. Wartet mal. Ist das ein Zweiteiler? Oder ist das festgelegt? Ach ne, das ist so. In der 62. Total toll. Oh Gott, ich hab auch immer so viel gekriegt. Dann... In der 68 haben wir so ein Warmpullover bekommen. Dazu diese Hose. Ist halt was für den Winter. In der 68 steht da drauf. So ein T-Shirt. So eine kleine Hose. In dunkelblau. Dann haben wir dieses Set gekriegt. Einmal hier so einen dicken Pullover. Da drunter kommt dieses Sweatshirt. Das ist alles Größe 68. Und dazu diese Kuschelhose. Dann haben wir ein 68 von Tom Taylor. Einmal in blau-weiß gestreift. So ein Sweatshirt. Dazu diese Hose. Aber ich muss ehrlich sagen. So blau-weiß gestreift. Wenn die ganz eng sind. Finde ich ganz schlimm für meine Augen. Finde ich ehrlich. Dann haben wir zwei Bodies noch dazu gekriegt. Da steht Hi drauf. Hi. Hallo kleiner Nilo. In zwei verschiedenen Größen. Einmal in 62. Dann einmal das T-Shirt. In der 62. I'm cool. Like Daddy. Finde ich richtig geil. Da hab ich mich richtig drüber gefreut. Ist eine 62. Hab ich doch schon gesagt. Dann eine 86. Da ist Tigger drauf. Was steht denn da drauf? Look at me. Total süß. Und ich weiß nicht, ob es passend ist. Aber jedenfalls. In Größe 80. Habe ich einmal so eine Sporthose. Dann waren wir gestern mit dem kleinen bei Primark. Und ich hab da einmal. Ach ne. Ist doch Quatsch. Was ich erzähle. Das haben wir auch noch geschenkt bekommen. In Größe 80. Das ist so ein Jeanshemd. Mit Kapuze. Finde ich richtig schick. Habe ich gleich gewaschen. Und ich freue mich riesig. Die kann man auch so. Also die Ärmel kann man noch so hochknöpfen. Mit so einem Druckknopf. Finde ich richtig richtig schick. Er hatte auch schon Hemd an. Zu Ostern und zu Opas Geburtstag. Das habe ich gestern bei Primark mitgenommen. So. Wenn Größe. Was ist denn das? Hm. Ach da unten. Hat das mit gewaschen? Das habe ich noch gar nicht gewaschen. Neun bis zwölf Monate. Wie hat das gekostet? 5 Euro. Das ist so auf Hemd gemacht. In weiß. Grau. Oh Christoph hat ordentlich zu tun. Der kleine beruhigt sich gar nicht. Das habe ich euch auch gezeigt. Dann habe ich einmal einen Stilltee bekommen. von Stalus. Ne Salus. Ich kann auch nicht sprechen. Wenn wir da lesen. Dann habe ich Anticholik Sauger. Die Einser bekommen. Von Baby Love. Zwei Stück. Für die Milch. Dann einmal ein Bürstenset. Bei seinen vielen Haaren. Das ist echt praktisch. Zwei Stück. Und eine fette Kaufmannssalbe. Und eine fette Kaufmannssalbe. Da hat eine nämlich fleißig mal die Videos geguckt. Dann möchte ich euch noch ein Willkommenspaket von der lieben Anna nochmal zeigen. Die hat mir nämlich das zweite Paket geschickt, worüber wir uns tierisch gefreut haben. Zwei Sachen sind schon raus. Einmal das Deo für meinen Freund. Und einmal von La Vera die Wundschutzcreme. So eine klare Probe. Dann zeige ich euch den Rest, den sie geschickt hat. Total lieb. Echt wirklich. Also ich habe hier noch nichts gewaschen. Und einmal so ein Sweatshirt. Ha. Den finde ich richtig toll. Ist ja klar. Einmal ein 62. Einmal so ein türkisen Body. Voll süß. Dann hat sie einmal mit Bügelperlen voll süß. Hat sie Nilo drauf gemacht. So ein Kreis. Ich werde den wahrscheinlich so als Platzdeckchen oder sowas nehmen. Ich weiß es noch gar nicht. Voll süß. Voll schön. Da habe ich mich voll drüber gefreut. Hm. Dann. Oh. Das ist wieder so viel. Den finde ich richtig toll. Einmal so einen kleinen Elefanten. Dann. Dann, 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 dann. Einmal Nuck Hygienetücher. Die meisten kennen die. Für Toiletten und Wickeltische. Für Schnuller und Spielzeuge. Ich bin richtig gespannt, das auch zu testen. Des Weiteren. Ach, das ist richtig cool. Bobo Siebenschläfer. So ein kleines Pixieheft. Davon hatte ich in der Krippe nämlich das Hörspiel. Von Hipzart Pflegetücher. Für die Wickeltasche werde ich die wahrscheinlich nehmen, weil die so klein und praktisch sind. Ein 20-Euro-Gutschein. Von HelloFresh. Da kann man sich, glaube ich, Essen bestellen. Ich denke, man hat das für ein Wochenbett gedacht. Dann, 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 dann. Ja, bla bla bla. Ein Liter Früchtetee. Nach dem vierten Monat. Zuckerfrei mit unbekömmlich 100% Natur. Ja, ja. Ostern ist leider schon vorbei und ich habe es einfach vergessen hinzustellen. Dann hat sie hier so ein kleines Küken noch eingepackt. Ach, das ist eine Kerze, sehe ich gerade. Oh, süß. Mein Lieblings Duschpflegezeug. Von Fa. Kakaobutter und Kokosöl. Ja. Von Rival de Loup. Erdbeer und Vanille. Eine Pflegemaske. Dann von Balea. Gute Launemaske. Das hat alles die liebe Anna mir geschenkt. Dann nochmal von Rival de Loup. Fruchttraum. Erholende Pflegemaske. Oh, der kleine Scheißerchen. Schnotti, Schnotti. Voll süß. Oh, Gottchen. Einmal Söckchen in 50, 56. Sie hat sie extra beschriftet. Total süß. Passend zu meiner Decke. Zu der Krabbeldecke. Auch mit Sternchen. Oh, süß. Da steht. I love Papa. I love Dad. Ich wollte gerade sagen, wo steht I love Mama. Dann in 62, 68. Da steht I love Mom drauf. Dann I love Dad. Und hier steht dann nochmal I love Papa. Oh, in Deutsch. Oh, nicht schlecht. Oh, Gottchen. Das ist richtig cool, weil ich habe einmal vom Bübchen Baby Shampoo in einer großen Flasche bekommen. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Ich habe diese Probe schon benutzt, weil Nilo nach ein paar Tagen echt schon fettige Haare hatte. Ich glaube, da war er zwei Wochen alt und dann habe ich gesagt, okay, machst du mal ein bisschen Shampoo rein. Und dann habe ich halt von Bübchen das Baby Shampoo als kleine Probe genommen. Und das riecht so gut. Und ich bin jetzt richtig glücklich, dass ich die große Flasche habe. Dann von Baby Dream ein Pflegeöl, so als Pröbchen. Schlafgut Lotion von Baby Love. Von M. Asam. Rose. Körperöl. Das ist ganz witzig, weil von Christos Cousine, die arbeitet da. Ja. Und das werde ich dann auch ausprobieren. Auch weiß ich nicht. Dann The Raspberry Kiss. Liebsgefrüsste Körpermilch. So Pröbchen. Richtig cool. One Ginger Morning. Duschcreme. Auch so eine kleine Pröbel. Pröbel. Auch eine Duschcreme. Was ist das? Lemonade Days. Yeah. Don, don, don. Ein Schaumbad von Dresdner Essence. Kokosmilch. Lang Lang. Entspannt und beruhigend. Ich kann es nicht aussprechen. Auch so eine Probe. Ich kann mich echt nur von Proben ernähren quasi. Und den finde ich richtig hübsch. Von Essence. Cookies & Cream Eyeshadow. Ist die 01 Sohat Donut. Finde ich richtig schön. Das ist halt so ein... Ja, so ein... so ein... so ein... so ein... so ein... so ein Braun Ton, ne. Und ich bin da so... wenn ich was nehme, dann halt in braunen Naturtönen. Und den finde ich richtig schön. Richtig schöne Farbe. Ja, das war eine Menge. Das alles nur von der lieben Anna. Ja, also hier an der Stelle nochmal vielen lieben Dank. Ähm... Ja, haben uns natürlich wieder riesig gefreut. Kam glaube ich auch... gleich... da war Nilo... zwei Tage alt. Perfekt. Das waren die Geschenke, die wir zur Geburt bekommen haben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und wenn, tut es mir leid. Bin gerade am überlegen. Ich glaube, das meiste habe ich gezeigt. Voll schöne Sachen. Ähm... Sind natürlich auch einige Sachen, die doppelt sind. So viele Schnuffeltücher und so, ne. Aber... Nun gut. Manche werden ja vielleicht durchgeschnuffelt und... bei Oma und Opa werden sie vielleicht auch mal verteilt. Ja. Das waren die Sachen, die wir geschenkt bekommen haben. Ähm... Ja. Super tolle Sachen. Wir haben uns echt gefreut. und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ha-Tschau! Fürs Untertitelung des ZDF, 2020